Wir versuchen heute diese 5 Treppen nach oben zu kommen. Ihr wollt echt nicht verpassen, was dort oben auf uns wartet. Guckt das Video deswegen bis zum Ende. Kasper, ja, was machst du da? Hallo. Hallo, was geht? Guck mal. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, was? Was sind das für Treppen? Hä, wir haben hier halt echt einfach so Erde, Holz, Stein, Tinti und Diamanten. Oh mein Gott, was gibt's hier für krasse Treppen? Was glaubst du, ist da oben immer am Ende der Treppe? Im Netz? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was du... Oh mein Gott, oh, oh, oh. Warte mal, was steht da? Hier steht, willkommen bei der Wähle nicht, die falsche Treppe-Challenge. Was? Okay, und da? Könnt ihr schaffen, alle 5 Treppen zu meistern? Falls ja, bekommt ihr ein unglaubliches Geschenk. Ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Ich will eins. Ey, was glaubst du, was kriegen wir für ein Geschenk? Was glaubst du? Ich hoffe, 50.000 Diamantblöcke und dann sind wir reich. Ein Geschenk, oh yeah. Oh, jibbi. Also 50.000 Diamant wäre schlecht. Ich will ein Geschenk haben. Das wäre echt mega cool. Ey, deswegen, ich würde einfach sagen, lass uns gar nicht so lange rumwarten. Wollen wir direkt mal auf die erste Treppe gehen? Es sind ja normale Treppen, also kann man hier einfach nach oben gehen oder nicht? Okay, weiter, ja. So, ich bin auf jeden Fall jetzt hier schon ein bisschen höher gekommen. Oh, hier sind aber solche Lücken. Musst du mal aufpassen, ne? Du bist da gerade schon runter. Wenn man jetzt runterfällt, dann geht man auch drauf, ne? Dann war's das gleiche. Ey, aber warte mal. Nein! Was machst du? Man kann den Sprung nicht schaffen. Man kann den Sprung nicht schaffen. Ja, wahrscheinlich, weil hier so eine Kiste ist. Warte mal, ich guck mal rein, was da drin ist. Komm mal her, ja. Oh, du hast recht. Das ist echt eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Ein Sticky Piston. Mit einem Hebel. Oh mein Gott, ich hab den auch. Warte mal, soll man sich da jetzt hochbauen? Ich glaube, ja, oder? Warte mal, kannst du sicher, dass du da nicht rüberspringen kannst? Warte mal, stell dich mal drauf, stell dich mal drauf. Kann ich das jetzt nicht aktivieren hier? Warte mal, kann man nicht einfach, warte mal. Wir haben doch einen Slime-Block. Ja, stell dich mal drauf. Wir haben doch einen Slime-Block. Ich kann doch einfach hier so hochbauen. Stimmt. Wow! Wow, warte mal. Warte mal. Oh, wo warst du gerade? Ich mach nochmal, ich mach nochmal. Oh mein Gott. Alter, ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Okay, warte, ich mach was? Oh mein Gott. Warte, und jetzt mach ich mal den zweiten Slime-Block. Okay, mach nochmal, mach nochmal. Okay, ich mach nochmal. Warte. Oh mein Gott. Oh nein, das geht nicht. Aber guck mal. Das geht nicht. Hast du gesehen, wie wir die Treppe bewegt gerade, ne? Ey, ganz, ganz vor. Sie müssen dir auch nichts kaputt machen, ne? Ich will ja auch nicht runterfallen. Okay, hier ist eine Erdtür, ne? So eine Erde. Stimmt, so eine Tür sieht aus, sieht aus, oh, das sieht irgendwie zu jemig aus, ne? Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Ey, nein. Oh mein Gott, Kasper. Wie viel Leben hast du noch? Nein, ich hatte ein Halb. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, da war ein Loch drin. Ich hatte einfach nur ein halbes Herzen, oder? Ich hab auch nur ein halbes Herz gehabt. Alter, das war ja richtig knapp. Ey, okay, das heißt, du musst aufpassen, die sind immer irgendwelche Fallen oder so gelegt, ne? Alter, was soll das denn, ey? Ey, blau. Wenn du uns hier einen Trick spielen, du hast den Trick beschlügt. Ey, das macht voll viel Spaß. Ist so, ist so. Aber guck mal, diesmal vorsichtig. Diesmal ganz vorsichtig. Okay, du musst aufpassen. Ich lass dir lieber mal den Schleimblock hinsehen, dann kann man da auch nicht wunderbar sein. Okay, mach die Kiste auf, ja. Was ist da drin? Oh mein Gott, ganz viele kleinen Goldmünzen. Ey, wie cool. Geld, 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 Geld. Ey, wenn das jetzt schon in der ersten Kiste ist, bin ich gespannt, was in der letzten drin sein wird. Alter, guck mal hier. Die ganzen Goldmünzen sind hier am Start. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Also wenn wir hier mal so ein Gratdingen schon. Das ist aber das erste Mal, das ist nicht so Geld, oder ist das so Fake, Fake Gold? Oh Gott, au. Mann, ich fall hier auch immer runter. Du musst dir echt richtig aufpassen, ich weiß. Du musst dir echt richtig aufpassen. Alter, das tut auch richtig weh die ganze Zeit. Ja, ja. Okay, warte mal, jetzt haben wir hier, oh mein Gott, eine Holztreppe. Jetzt geht's hier weiter, jetzt geht's hier weiter. Aber die ist auch kaputt, ne? Ja, also irgendwas stimmt hier mit diesen ganzen Treppen noch nicht. Du musst ganz, ganz vorsichtig hochgehen, ne? Sonst, äh, nicht, dass die irgendwelche fallen sind. Warte mal, da hast du einen Knopf draufdrücken. Hä, da hast du einen Dispensel mit einem Knopf. Oh nein, was ist das denn jetzt? Nein, nein, wir werden runtergespült. Nein, gegen Anschwimmen. Gegen Anschwimmen. Mann. Warte mal, verdammt. Wie soll man denn da jetzt hochkommen? Warte, ich geh, ich geh hoch jetzt hier. Geh mal nach ganz oben und drück mal wieder drauf. Oder geht über das Ausland. Der Knopf ist wieder weg, sehe ich gerade. Der Knopf wird weggespült. Oh nee, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ganz vorsichtig. Aber immer, wenn man jetzt runterfällt, kriegt man nicht so viel Schaden. Dann kann man ins Wasser reinspringen. Stimmt, du hast recht. Also zur Not haben wir hier so einen Wasserblock. Aus, aus, aus. Aus, hier, mach das aus. Warte, ich hab doch noch den Hebel von eben. Ach cool, drück, oh drauf, drück. Ich hab dich einfach... Oh, nein. Das war noch mehr Wasser. Ich glaub's nicht. Nein, hör auf. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh, sehr gut. Wir haben ausgedrückt und gleichzeitig gedrückt. Echt so, wir haben das System gedrückt. Oh mein Gott, pass auf, hier na. Oh mein Gott. Hier ist komplette Lücke. Hey, was soll das? Hör auf, ey. Nein. Tut mir leid. Das tut mir leid. Ich meinte, es ist nicht böse. Das Wasser ist da noch gewesen. Ja, ich meinte, es ist nicht böse. Ich wollte hier nur was gucken. Also echt. Hier lang. Oh, warte mal. Hier ist ein Schlüssel. Aufgabe. Au. Hör auf. Wieso? Was steht da? Finde den Schlüssel im Wald. Hä, in welchem Wald denn jetzt? Hä, mach doch einfach die Tür auf. Ist auch... Oh mein Gott. Da, ich seh die Kiste. Da ist die Kiste hier rechts. Stimmt. Ich seh sie. Aber... Die Tür geht nicht auf. Da ist jetzt ein Holzschloss davor. Kann man das nicht einfach abbauen? Probier, probier. Warte. Nee, geht nicht. Hä? Aber die Tür kann man nicht abbauen. Die Tür geht auch nicht. Hä? Nee, geht nicht einfach. Okay, warte mal. Er hat gesagt, im Wald. Meinst du... Ah, aus dem Wald, wo wir kommen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, oder? Links, in dem anderen, rechts oder so? Ich weiß auch nicht. Da ist auch noch ein Wald, ne? Ich save hier. Lass mal hier einfach... Komm, wir gucken einfach mal. Hier in die hier. Ja, also hier musst du wahrscheinlich irgendwie... Also guck auf jeden Fall auf dem Boden überall, ob hier ein Schlüssel oder so vorhanden ist. Hier in der Wurzel. Kann es vielleicht was abbauen auch oder so? Schlüssel. Hier, hier drüben. Hier. Hier drüben. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie hier bei mir. Wo bist du? Du hast den Schlüssel gefunden, oder was? Ja, nee, ist so eine Kiste. Ich hab auch nicht reingeguckt. Hier vorne, da ist sie. Oh mein Gott. Sehr gut, okay. Yeah. Yeah. Wir haben sie gefunden. Let's go. Wir haben die Kiste gefunden. Yeah, 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 yeah. Und hier ist ja tatsächlich drinnen. Der goldene Master Key. Hier, guck mal. Ich hab ihn. Oh mein Gott, du hast ihn. Und yeah, das ist der goldene Master Key. Das ist der goldene... Ey, nicht meine von, ne? Nein, alles gut. Der goldene Master Key. Und ich hab ihn nicht gefunden. Guck mal, ich hab so gesucht überall. Der war in irgendeinwo. Alter, das sieht so... Okay, okay, okay. Dann, äh... Sehr schön. Ey, megacool. Jetzt haben wir einfach so einen Master Key. Safe. Und jetzt bin ich mal gespannt, dass da oben in der Kiste drin sein wird. Boah, das war scheiße. Du hast richtig... Oh mein Gott. Nein. Bist du mit? Ja, ich laufe auch viel zu schnell hoch. Ey, du musst mal hoch sprinten, wenn du dich das traust. Ja, hoch sprinten sieht schon sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, Alter. War das ganz schnell. Okay. Kannst du jetzt einmal das Schloss aufmachen? Ich weiß nicht, wie es geht. Einfach rein? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast es aufgemacht. Ist auf. Oh mein Gott. Okay, warte, hier. Lass mal die Kiste. Ja? Hä? Hä? Leer. Da ist nichts drin. Weil hier noch eine ist. Guck mal. Hier in der anderen Ecke. Hier, da ist noch eine. Oh. Lederausrüstung. Lederrüstung. Lol. Guck mal, warte mal. Was? Zack, 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 zack. Lili, 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 lili. Hey, aua. Ich hab auch keinen Schwer. Hier, du kriegst ein bisschen Gold. Ein bisschen Geld und Gold. Das ist sowieso nur essbares Gold wahrscheinlich. Fake, das ist Fake Gold. Dieses Schokoladengold. Kennst du das? Ich glaub auch. Ah, das ist lecker, ne? Kennst du das? Ja, das ist mega, mega lecker, diese Goldtaler. Okay, dann haben wir jetzt schon mal die Holztreppe gespielt, ne? Sehr schön, sehr schön. Und jetzt haben wir als nächstes die Steintreppe. Da sind irgendwelche Leute da vorne. Oh mein Gott, ich hab das Gefühl. Wann warst du Leute denn da oben? Das war mit den Reden. Geht das vielleicht? Mal gucken. Lass ausprobieren. Vielleicht können die ja irgendwas sagen. Oh. Also hier ist echt verwirrenbar. Hier ist echt, äh. Oh mein Gott, hier ist so ein Zickzack oder sowas. Leute, was geht? Das ist echt ein bisschen Zickzack. Hä? Das sind so Puppen? Das ist ein Puppen. Was hat der auf dem Computer da drauf? Was guckt der sich denn da an? Der guckt ja irgendwelche Videos von uns an oder so. Ich weiß, ich glaub auch. Ich weiß nicht, wie genau was er macht. Der hat mich grad auf dem Abonnieren-Knopf oder so gedrückt. Warte mal, müsst ihr mit? Hä, ich seh gerade. Die Tür geht gar nicht auf. Hä? Wieso? Ach, das ist eine Eisentür und die hat... Nein, jetzt... Die können wir auch nicht abbauen. Vielleicht mit dem Schwert abbauen? Nee, geht auch nicht. Hä? Nee, ich guck mal. Warte mal. Ich hau die ganze Zeit geh. Ich drück mal hier rechts auf die Leute drauf. Das bringt aber auch nichts. Nee, bringt auch nichts, hä? Warte mal. Pass auf. Kleiner Racker, kleiner Racker. Wir brauchen einmal deinen Tipp. Sag mal. Die kriegen wir die Tür auf. Einfach mal am besten danach gucken. Hä? Hä? Was meint der bitte schon damit? Ich weiß es auch nicht genau. Er meint der irgendwie danach gucken? Hier um die Ecke oder so? Bei dir da irgendwie um die Ecke? Ich schau jetzt gerade hier. Oben drauf vielleicht. Oh mein Gott, das wär's. Ey, kannst du... Schlag mich mal, wenn ich um springe. Ja, das kann auch sein. 3, 2, 1. Und... Nochmal, nochmal, nochmal. Nein, das nicht so! Au! Ey, Mann! Was machst du denn? Da ist ein Grabstein von dir. Ey, Mann, aua! Das hat wehgetan. Warte, du mal leid. Warte, ich guck schon. Ich guck ein bisschen außenrum jetzt hier. Ich komm wieder. Bei den Treppen irgendwas. Jetzt kriegst du zurück. Ey, jetzt hab ich mein Schwert verloren. Das muss ich mir jetzt irgendwie wiederholen. Ihr linkes Seite, safe. Oh mein Gott, rechts ist ein Hebel. Ey, Mann. Alter, gehst du deinem Grabstein. Nein, da sind alle deine Sachen vorhanden. Ach, hier, ja. Da kannst du alle... Aha, da hab ich doch alles. Besser ist er auch, ey. Okay, warte mal. Ich hab hier... Ich hab hier ein Dings gefunden. Ich hab hier einen Hebel gefunden, rechts. Einen Hebel? Warte mal. Ich komm nicht... Doch, ich komm ran, ich komm ran. Geht das? Okay, warte, ich geh rein dann schnell. Ich geh rauf. Ja, jetzt, 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 jetzt! Ich blockier die Tür. Komm schnell, komm schnell. Was? Okay. Okay. Oh mein Gott. Sehr gut. Gerade noch so. Okay, warte mal. Yo, was geht's? Ey, ich sitz auch hier. Ey, was geht's? Ey, ich sitz auch... Du sitzt falsch rum. Ich sitz gerne, ich guck gerne die Wand an. Du guckst jetzt falsch rum. Hallo, lass mich doch die Wand angucken, wie ich möchte. Und der Dispenser hier mit zwei Knöpfen. Wieso, was ist da? Was passiert, wenn man da drauf drückt? Stimmt, ach, da sind Knöpfe, die hab ich gar nicht gesehen. Warte mal, lass dich einfach drauf drücken, das ist eine Falle. Das ist doch safe. Warte mal. Nein, 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 nein. Kaspar? Ja? Hör mir zu. Ja? Nicht drauf drücken. Wieso? Ich seh auch das Schild da oben, da steht drückeweise. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht was. Ich hab mich, ich juckst in den Fingern. Mir juckst in den Fingern. Ich will drauf drücken. Nicht drücken, okay? Also pass auf, was glaubst du? Welchen Knopf müsst ihr drücken? Links oder rechts? Ich glaub, einer ist wahrscheinlich... Nimm du, nimm du den rechts nicht mit den linken. Komm. Fifty, Fifty. Oh mein Gott, aber äh... Okay, die Tür war zu. So, mit dem Redstone musst du wieder hinwollen. Okay, drei, zwei, eins. Go. Ha! Was war das? Was ist das da oben? Hä? Ist das Fledermäuse? Der hat irgendwas rausgepfeppert, ne? Nochmal, lass nochmal drücken. Vielleicht ist da noch mehr drin. Komm, wir gucken nochmal. Okay, warte, ich drück nochmal. Oh! Was ist das denn? Alter, das sind irgendwelche, äh, irgendwelche komischen Insekten. Hä, wie krass sieht das... Warte mal, ich spring mal hoch. Au! Oh mein Gott! Ich spring mal hoch. Was hast du? Du darfst nicht hoch springen, nicht hoch springen. Ich spring auf gar keinen Fall jetzt hoch. Ich wurde vergiftet, ich wurde vergiftet. Ach so. Hä, irgendwie ist da irgendwo auch. Warte mal, vielleicht ist da drin noch was an. Nochmal. Ich hab ein Schwert bekommen. Was? Ich hab ein lankiges Schwert bekommen. Was krieg ich jetzt? Ist das jetzt? Ich hab jetzt Weakness, ich bin schwach. Nein, du bist auch noch schwach. Und jetzt? Oh. Warte, ich will auch ein Schwert. Vielleicht drück drauf, vielleicht kommt da noch eins. Ja! Du hast das bekommen. Ich hab eine Blume. Eine Blume. Okay, warte, warte, warte. Ich hab ne Idee. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre gerade TNT, aber es ist von der anderen Seite. Also, dann haben wir, aber wo ist jetzt hier die Kiste? Haben wir keine Kiste hier? Nee, anscheinend nicht. Also, ich hab hier einfach nur ein krasses Schwert. Ich hab Glück auch. Ich hab Glück. Ich hab Glück für eine Minute. Jetzt lass rüber gehen, stellst du eine andere Kiste und die öffnen. Vielleicht finden wir was krasses. Stimmt, stimmt. Du hast recht, Alter. Wenn wir mit Glück dahin gehen. Hier ist auch direkt eine Kiste. Guck mal hier. Okay, warte mal. Was steht da? Der beste Freund von TNT. Los. Wieso? Was ist das? Oh nein. Ein Schwerzeug. Nein. Soll ich anzünden? Komm, ich mach. Du zündest halt, nein, nicht anzünden jetzt. Nicht anzünden. Ich mach jetzt kurz. Mach nicht. Du willst deinen Glück nicht testen. Na gut. Na gut. Okay. Lass das jetzt mal hochgehen, ne? Solange wir das noch haben, ich hab noch 30 Sekunden Glück, du auch? Ich hab auch noch 30 Sekunden Glück. Okay, warte, was steht da? Kriegst du nicht schon Lust, es anzuzünden? Das war's? Nein. Soll ich? Ich mach nur, dass ich zündet. Ich weiß, der Jungs in den Finger, ne? Ich weiß, ich hab auch Bock. Komm, bitte. Lass das. Nur einmal ganz kurz anzünden. Nein. Bitte. Ich will aber. Ich will. Ich will jetzt. Ich will anzünden. Ich will anzünden. Wir gehen nach oben jetzt. Wir gehen nach oben. Na gut. Das war ganz schön knapp. Was geht's hier? Nein. Los. Ich weiß, du willst. Ich will auch. Passbar. Bitte. Nicht anzünden. Nein, auf jeden Fall. Ich will aber jetzt. Ich zündet es jetzt an. Ich zündet es jetzt an. Nein, nicht anzünden. Nein, komm. Dann geht das alles hier hoch. Ich zündet es jetzt an. Die Diamanten werden weggesprengt dann. Na gut. Na gut, du hast recht. Okay, komm weiter nach oben. Manu, letzte Chance ist anzuzünden. Ey, also, die wollen das. Hör auf. Mach das nicht, Kaspar. Mach das nicht. Ich wollte hier nur, ich muss nur was gucken. Nein. Ich muss nur was. Oh mein Gott. Hör auf damit. Ich zündet es. Komm nach oben. Na gut. Das ist unser ganzes Glückwerkball. Du kannst anzünden. Ach, anja. Mein Gott, ey. Okay, okay. Mann, Alter. Was ist jetzt hier? Hier ist ein Schleimblock. Die muss ich aber anzünden. Ey, der hat mich zurückgeworfen. Nein. Ich seh es. Der hat mich zurückgeworfen gerade. Glaubst du, ich kann die anzünden, die Schleimblöcke? Ähm. Soll ich das probieren? Lieber nicht. Ich würde jetzt kein Feuer nutzen, auf jeden Fall. Das würde ich jetzt nicht machen, ich glaube. Ja, okay. Das ist recht, das ist recht. Komm, wir packen. Können wir die abbauen? Ja, okay. Man kann die ganze... Oh mein Gott, jetzt mit deinem Schwert kannst du die abbauen. Oh mein Gott. Ja, safe. Warte mal. Sonst hätten wir die gleich abbauen können. Wie machen wir das denn jetzt? Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier? Hau mich mal, hau mich mal. Geht doch so, geht doch so. Geht doch so. Ach so, okay. Warte mal. Um die Ecke rum. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Empire Strikes Back. Hätten doch so Messersets. Warte mal, was ist hier drin? Was ist das denn? Oh. Okay, warte mal. TNT? Hier haben wir noch mal ein Feuerzeug. Wasser absorben. Was? Ich hab... Was hast du für eins? Wasser absorben? Wasser absorber. Also absaugen. Und ich hab Wasser... Nur ein Wassermacher. Ich hab Wasser absorben. Lass mal ganz kurz, komm mal zurück. Alter, da hab ich jetzt ja mal... Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Da hab ich jetzt hier mal mega Bock drauf. Lass wir hier vorne hingehen. Boah, das ist ja mega cool. Ich setz mal zuerst in meins und dann versuchst du es wieder aufzusaugen, das Wasser, okay? Ja, ja, ich probier's dann aufzusaugen. Mach mal hier. Mach mal hier in diesen kleinen Teig. Was ist das denn mit neuen Teig hier rein? Hier, ein kleines... Oh mein Gott, lauf! Lauf weg! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott! Ich weiß nicht, wie viel Wasser das wird. Oh mein Gott! Nein! Alter! Ich brauch schnell mein Ding ins... Warte mal, mein TNT. Ja? Ja! Nein, was machst du? So. Setz hin und jetzt... Wo setz dich denn am besten hin? Das ist ein Skelett! Du hast ein Skelett rausgeholt. Oh nein! Ja, ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja! War das gezündet? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schnell weg! Schnell weg! Der Absauger, der Absauger! Er saugt schon! Er saugt! Was? Ja! Es hat funktioniert! Alter, du hast es perfekt gesetzt! Alter! Oh mein Gott! Das ganze Wasser ist weg! Einfach alles weggesaugt! Lol! Wie cool war das denn jetzt gerade? Das sah ja richtig cool aus! Okay, dann würde ich sagen... Ey, was? Okay, dann können wir jetzt noch schon zu dir... ...zu Diamant-Dings hingehen, ne? Zur krassesten Treppe hier! Oh Gott! Okay, warte, was steht da? Stopp! Ja? Du musst mir erst vier Eisenerz bringen, um rauf zu gehen! Eisenerz? Warte mal! Hä, stimmt, ich kann nicht springen davor! Hä? Was ist echt? Kannst du springen? Wieso geht das nicht? Ist das auch nicht? Über uns, irgendwas unsichtbares ist. Warte, da steht... Warte mal! Da drin steht da! Also in der... Aber ich habe keine Spitzwacke. Hier unten, oder was? Ja, warte mal hier! Komm her, zurück, komm her, zurück! Hier ist eine Kiste mit zwei Eisenspitzhacken. Ah, okay, geht mal her, hier, ja? Und er sagt da drin... Achso, hier soll noch eine, danke, yo! Hier? Hier soll Eisen sein irgendwo? Hier soll irgendwo Eisen sein, glaube ich. Hier unten! Oh, da sind sogar genau vier! Oh nein! Sehr gut! Alter, hier sind noch vier! Das heißt, du musst vier bringen! Ey, wir haben voll viel abgebaut! Ja, guck mal! Das Ding ist, hier war auch eben noch alles unter Wasser! Ja, safe, safe, hier war viel freigelegt hier! Okay, aber ich nehme nur vier Stück mit, wir brauchen ja nicht mehr! Müssen wir die noch braten, oder müssen wir die... Nee, da staubt da schon... Ist da schon ein Eis oder Eisenerz? Ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß es nicht mehr genau! Warte mal, mal gucken, was da stand! Ich glaube, da stand... Eisenerz! Ah! Eisenerz! Ja, okay, dann, warte mal! Packen wir die Kiste wieder zurück, glaube ich! Ich glaube, dann geht das! Hier wieder in die Kiste rein, so! Und das Eisenerz rein! Und jetzt müssten wir springen können, glaube ich, hier vor! Kannst du springen? Warte mal, ich probiere... Ja! Oh mein Gott, aber es ist voll schwer! Er kann immer nur einen Block springen! Das ist echt nicht so einfach, ne? Das ist übel schwer! Ey, was glaubst du, was wird da oben jetzt sein? Das muss ja das krasseste sein! Boah, das muss so heftig sein, ne? Oh mein Gott, ich hab das überhaupt... Die Diamantentreppe! Komm schon! Geh rüber jetzt hier! Noch mal! Und noch mal! Jetzt aber hier hoch, hier ohne Probleme! Und noch mal! Jetzt geht es leichter! Oh nein, ich sehe schon was! Ich sehe schon was! Oh mein Gott, ein Diamant... Das ist ein Diamantenschloss! Ey, und was ist hier da? Da steht... Oh! Die Tür ist verschlossen, steht da! Was steht da? Hätte ich auch nicht sehen können! Geh in diesen Wald und suche den Schlüssel! Okay, geht echt nicht! Warte mal, ich hab auch den Schlüssel von der anderen Tür! Geht das vielleicht? Ne, ich glaube, es geht nicht! Das ist so ein Schlüssel nur fürs Dingens gewesen! Okay, warte mal! Dann geh in diesen Wald und suche den... Warte mal! Du kannst ja unten mal gucken! Ey! Oh mein Gott, ich habe nur ein halbes Herz! Oh mein Gott! Alter! Das ist ja krass gebaut hier auf jeden Fall, ne? Ja, safe, safe, safe! Also, wo soll jetzt die Schlüssel sein? Hier irgendwo im Wald? Also, da stand gerade ein Pfeil auf den Wald hier, glaube ich! Na gut! Okay, guck mal! Geh mal vorstellen! Ey! Ey! Soll ich den mal handzünden hier, den Wald? Oh mein Gott! Du bist verrückt? Du bist verrückt? Ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf! Du bist verrückt? Ja, ich hör auf! Okay, hier soll wahrscheinlich irgendwo irgendwas sein oder so, ne? Zeig mal! Hier ist doch so ein Diamantblock! Guck mal, hier um Boden! Wo ist ein Diamantblock? Hier direkt, ich springt auf! Das heißt, das ist doch ein Zeichen zur Diamanttreppe! Oh mein Gott! Hier steht was! Hier steht, bau mich ab! Hilfe! Bau mich ab? So? Oder wie geht das? Nein, so geht das nicht! Doch, so kann man abbauen! Ey, jetzt habe ich gerade die Spitzhacke weggelegt, ne? Warte mal, ich baue jetzt gerade den Dispenza ab. Aber geht das überhaupt so? Ich hoffe, ich hoffe, dass es geht. Doch, doch! Ich glaube, dass es schon fast kaputt ist gerade. Okay, okay, okay. Ey, du fackelst dir den ganzen Wald ab! Gar nicht! Oh nein! Und? Oh! Warte mal! Hä? Oh! Was ist das denn? Warte mal! Ey, woher wusste du, dass da eine Kiste ist? Da ist der Master-Key! Hey, da stand, baum ich ab! Vorsicht, hier fallen Sachen vom Baum oben! Brennende Sachen! Okay, 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 okay! Da, guck mal! Ja, ich sehe es! Weg hier, weg hier, weg hier! Am besten geh weg da! Warte mal, ich habe jetzt, guck mal, siehst du, dass ich den Master-Key habe, glaube ich, oder so, ne? Zeig mal! Äh, hier! Ah, lol! Hier sieht nicht schlecht aus, glaube ich, ne? Ja, okay! Okay, warte, dann können wir ja wahrscheinlich jetzt hier oben die Diamant-Sachen aufmachen, ne? Uh, da bin ich am... Ich habe auch langsam Hunger hier, der kriegt hier schon... Oh, der hat schon Hunger, hat auch was zu essen! Ja, so, warte mal, jetzt können wir ja auch schneller hochgehen, gerade mit dem Schlüssel, also der weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt hier reingehen können! Ey, das ist ja mega cool jetzt! Der hat Arno, ich bin echt gespannt, was da auch für ein Riesenschatz drin sein soll! Okay, warte! Mach auf, mach auf! Bist du bereit? Ich mache es auf, ne? Ich kann nur mit dem Schwert aufmachen, die Tür, ne? Denk dran, okay! Aber bevor wir es aufmachen, einmal bitte alle liken und abonnieren! Liken und abonnieren! Ehre! Genau, wir machen täglich Minecraft! Oh, der ist rein hier! Es ging auf! Ja! Ja, sie ist auf, sie ist auf! Oh mein Gott, sehr gut! Oh mein, warte! Was ist das jetzt? Okay, eine von den drei Kisten ist leer, entscheide dich für die richtige! Oh nein! Jeder darf nur eine Kiste aussuchen, viel Glück! Oh, oh! Welche, 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 was ist deine Lieblingszahl? Eins, eins bis drei! Ja, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei! Ich entscheide für die hier! Ich würde sagen, alle guten Dinge sind eins, ich nehme diese hier! Aber da sind noch Pfeile drauf, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist! Achso, meinst du, das ist Bait? Okay, ich nehme einfach die rechte, ich habe mich dafür da drin geschrieben! Ich nehme die linke, komm, 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 komm! Okay, drei, zwei, eins, eins, und! Oh mein Gott! Hast du Glück oder Pech? Glück! Und zwar richtig Glück! Ich auch, weg mit der ekligen Kleidung hier! Alter! Ich habe das krasseste Dia-Equip! Ich habe voll viele Diamantblöcke auch noch! Das schreit nach einem Kampf! Das schreit nach einem Dia-Kampf! Ich habe so viele Diamant... Okay, ich kann die gar nicht alle einsammeln! Alter, komm, wir machen Dia-Fight! Okay, warte, jetzt kann ich sogar die Tür abbauen, ne? 101! 101! 101, okay! Okay, du bist bereit! Wir machen das in unserem neuen Loch! In unserem Eins-gegen-Eins-Loch! Aber ich habe nur halbes Leben, das zählt nicht! Ja, ist mir egal! Wie? Okay, wenn dir das egal ist, dann ist mir auch das egal! Nein! Los geht's! Los geht's! Okay, komm ins Loch, wo bist du? Hallo, dann trau ich auch runter! Ja, Mann, dann bin ich tot! Ich habe nur halbes Leben! Ich bin bereit! Los geht's! Los geht's! 3, 2, 1... Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wo ist deine Taktik? Oh mein Gott! Ich töte dich an! Ja, und ich hau dich kaputt! Nein! Ich hau dich kaputt! Ja, Leute! Wie viel Leben hattest du noch? Wie viel Erbsen hattest du noch? Hä, volles Leben! Du hast mich ja nur ein bisschen angeschüttet! Hä, was? Schade, aber krasse Treppen!